Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 24. April 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 603 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch. Finderlohn, Jura, Europapark, NZZ, Roboter Taxi, Mate X, Apple TV und 30 Millionen. Ich beginne gleich mal mit dem Finderlohn. Bei Honor, der kleinen Untermarke, der günstigen Marke aus dem Hause Huawei, ist ein Smartphone abhanden bekommen. Irgendwie eine Geschichte, die wir seit vor neun Jahren schon mal beim Apple gehört haben und dann vom einen oder anderen Hersteller auch, ich sage jetzt nicht nachgemacht, aber auch praktiziert wurde. Es wurde ein Prototyp verloren, innerbar, in einem Zug, jetzt in diesem Fall eben im Zug. Und ja, wer das Teil gefunden hat, darf sich 5000 Euro einholen von Honor, wenn er das natürlich zurückbringt. Ja, immer wieder eine lustige Geschichte, spezielle Geschichte, traurige Geschichte, vor allem wahrscheinlich für den Mitarbeiter, der das Smartphone verloren hat. Wenn wir weitergehen im Bereich Smartphone, geht es schnell mal im Bereich Netzabdeckung. Und da ist ja aktuell das Thema 5G ein grosses. Hier in der Schweiz haben wir ja schon zwei Provider, die 5G aufgeschaltet haben. Wir haben schon in einigen Städten schönes 5G-Netz. Mein Reiner wird heute selber ein bisschen das 5G-Netz austesten gehen. Dazu vielleicht morgen mehr, ansonsten dann in der nächsten GeekDoc-News-Folge und oder sicherlich auf dem Blog im Bokipsi.ch. Aber ja, es geht weiter mit den Versagern. Nicht den Versagern, sondern den Verweigerern, will ich dem sagen. Nach, was war, Genf und Watt ist jetzt auch der Kanton Jura mit dabei, die sich dafür entschlossen haben, keine weiteren 5G oder generell keine 5G-Antennen aufbauen zu lassen. Man will zuerst die Studie des Bundesamtes für Umwelt abwarten, welche ja ab diesem Sommer dann rauskommen möchten, wo dann drinsteht, ob das Ganze eben nicht ganz so gesund ist oder gesund ist oder wie auch immer. Unschön, unschön. Aber ja, ich denke, es wird nicht der letzte Kanton sein, der da auch noch seinen Furz dazu sagen möchte. Grundprinzipiell nicht böse gemeint, einfach ja. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Betrüger auf Facebook. Liebe Menschen da draussen, die Facebook und auch andere Social Networks nutzen und immer wieder mal was teilen, wo man irgendwie 30.000 gefühlte iPhones gewinnen kann oder ähnliches. Aktuell wieder wie jedes Jahr ein Gewinnspiel, wo man, glaube ich, bis zu 8 kostenlose Eintritte für einen Europapark absahnen kann. Nee, liebe Menschen da draussen, sowas gibt es nicht, vor allem wenn es nicht auf der offiziellen Seite vom Europapark aufgeschaltet wurde. Bitte, bevor ihr solchen Quatsch teilt, egal auf welchen Plattformen, checkt mal das Profil oder die Seite von da, wo das Ganze kommt und überlegt euch, gibt es so eine Institution eben wie der Europapark einer fremden Seite einfach mal so ganz viele Tickets, die sie dann verlosen können oder eben nicht. Nicht unbedingt vorüberlegen, bevor ihr teilt. Ja, die Neue Zürcher Zeitung, eine der ganz grossen Zeitungen hier in der Schweiz, auch renommierten Zeitungen, die auch über oder weit über die Schweizer Grenzen hinaus einen Namen haben, die bringen eine neue Funktion für Abonnentinnen und Abonnenten. Man kann jetzt nicht nur über die App und auch im Web die ganzen Beiträge lesen, wie schon seit eh und je. Ab jetzt geht das Ganze auch in Audio. Heisst, man bekommt die ganzen Beiträge auch aus Audio-Files, wo man das Ganze sich vorlesen kann. Finde ich gut. Ich lese es selber. Wie ihr sicherlich wisst und auch viele der Geek Talk generell hören, seit vielen Jahren keine Zeitung mehr. Wenn mir aber mal was unter die Finger kommt, ist sicherlich NZZ und zwei, drei ähnliche Formate das, was ich dann lese und somit in Zukunft vielleicht auch dann hören werde. Obwohl, ich habe da kein Abonnement. Ich muss mal schauen, ob ich das mal antesten kann. Klingt auf jeden Fall spannend. Vor allem spannend ist, dass das Ganze nicht einfach mit diesen standardisierten Tools gemacht wird. Schon einen gewissen Teil, eine grosse Abdeckung, wird über ein Standard-Tool gemacht. Der Rest ist in-house entwickelt. Da werden deutsche Wörter, Anglizismen und Helvetismen vor allem auch in einer spezielleren Art übersetzt, sodass es dann eben auch stimmt und natürlicher klingt. Das wäre wirklich mal spannend, anhören zu können. Weiter geht es mit, wie könnte es anders sein, einmal die Woche ist er dabei, Elon Musk oder Tesla. Er hat nämlich bekannt gegeben, dass man im nächsten Jahr Roboter-Taxis auf die Welt losschicken werden möchte. Zumindest in den Ländern und Regionen, wo es erlaubt ist. Welche das sind, das wird sich noch zeigen. In vielen Ländern sind ja die ganzen Gesetze dahingehend aktuell gerade in Überarbeitung. Wir dürfen gespannt sein und vor allem auch, ob es dann wirklich soweit ist oder ob es einfach eine grosse Röhre war, wie schon teilweise immer wieder mal von seiner Seite. Schliesslich sind kurz vor Quartals Ergebnisse präsentiert worden und die Anleger waren nicht ganz so happy damit oder die Broker und wer da alles noch dahinter steckt. Die Unternehmensaktie ist ein bisschen ziemlich stark gefallen und somit hat man natürlich damit ein bisschen Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenken können. Ich generell würde mich ja sehr freuen, wenn das Ganze mit dem autonomen Lenken vorwärts gehen würde. Denn ja, ich würde mich sicherer fühlen, in so einem Auto unterwegs zu sein. Vor allem, wenn alle Autos so dann unterwegs sind, dann auf jeden Fall. Weiter geht es mit Huawei. Nachdem ich gestern verkündet habe, dass ja Samsung sein Fold auf unbestimmte Zeit verschoben hat, wobei unbestimmte Zeit jetzt schon nach gewissen Munkeln schon im übernächsten oder dem Monat darauf sein könnten, hat sich jetzt Huawei gemeldet und somit eine interne Roadmap gezeigt. Es könnte im Juli diesen Jahres schon soweit sein. Andere Zeichen deuten auf den Spätsommer, Herbst hin. Wir werden es sehen und hoffen, dass Huawei da einen besseren Start hat. Bei ihnen ist das Ganze natürlich noch ein bisschen verzwickter, wie ich finde, denn die beiden Screens oder der Screen ist da ja außen, da das Ganze kein Corning-Glas ist und nur Kunststoff, in Anführungs-Schlusszeichen, logischerweise ist das natürlich genau oder ziemlich anfällig für Stösse, Kratzen, Kratzer etc. Wir werden es sehen, wenn es dann soweit ist. Was habe ich noch für zwei Themen? Genau, ein neuer YouTube-Kanal ist aufgetaucht. Apple TV nennt sich der Ganze und da hat Apple begonnen, Trailer, Clips und Interviews online zu stellen. Aktuell ist es ein bisschen global gehalten, soll aber in Zukunft natürlich dazu dienen, um die ganze Geschichte, um ihre Apple TV App, nicht die Apple TV Hardware, sondern die App hervorzuheben und später dann im Herbst natürlich auch die Apple TV Plus Geschichten, die dann starten werden. Wir dürfen gespannt sein und wen es interessiert, kann man auf YouTube abonnieren und, wie heisst es immer so schön, die Glocke. Ach ja, lassen wir das Thema. Weiter geht es nochmals mit einem Thema aus dem Hause Apple. Da wurde jetzt bekannt, dass Apple anscheinend jeden Monat, und jetzt ist mir die Zahl verrutscht, wo ist sie jetzt hin? Genau, 30 Millionen US-Dollar ausgibt für Servermiete vom Amazon Web Service oder in kurz gesagt dem AWS. Ein Online-Speicherplatz, Rechenleistung, Datenspeicher, was man halt alles so hat da drin. Ja, eigentlich schon eine heftige Zahl, wenn man so bedenkt. Vor allem auch die Geschichte, dass Apple in den nächsten fünf Jahren 1,5 Milliarden Dollar in den Bereich investieren möchte, also in Richtung AWS, Amazon. Wenn man aber dann weiterschaut, was Apple auch bei seinen eigenen Rechenzentren in der gleichen Zeit machen möchte, da gibt man 4,5 Milliarden Dollar aus. Also auch da ist man fleissig am Weiteraufrüsten. Die bauen ja fleissig Rechenzentren wie so ziemlich alle anderen grossen Firmen auch. Ja, das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für den Mittwoch für euch habe zusammensuchen können. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt auf in Richtung Zahnarzt und dann, wie gesagt, ein bisschen 5G testen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, bis bald. Euer Pogipsi, tschüss. Hört mehr Geek Talk.